Ja hallo, ich möchte euch heute das Case Brushed Aluminium von CaseMate präsentieren. Es ist gebaut für das iPhone 4 und das iPhone 4S. Es hat hier an der linken Seite eine Aussparung für den Mute-Button, den Lautsprecher-Tasten. An der Unterseite hat es die auch perfekten Aussparungen, genauso wie oben. Auch für ein Kameraloch und eins für das Blitzlicht hat man gesorgt. Die Rückseite besteht aus gebürstetem Aluminium. Auf der rechten Seite sind keinerlei Aussparungen, die ja auch nicht nötig sind. Das Case kostet ca. 30 Euro und ich finde es wirklich sehr gut. Es besteht aus Hartplastik und die Rückseite aus gebürstetem Aluminium. Das war's auch schon. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.